Wissen Sie, wir haben eigentlich keine funktionierende Botschaft mehr in Russland. Wir haben das, was ich als Potemkin-Botschaft beschreibe. Es ist eine Scheinbotschaft, in der die wenigen Verbliebenen an ihrem Botschaftsleben festhalten, selten das Gebäude verlassen, kein Russisch sprechen und ihre gesamte Zeit in sicheren Videogesprächen mit Politikern in London verbringen, denen sie erzählen, was sie hören wollen. Wenn das die einzige Analyse ist, die Politiker in London über das bekommen, was in der heutigen Zeit in Russland passiert, dann sind wir alle ein wenig dem Untergang geweiht. Es geht teilweise um den realen Verlust unserer Fähigkeit, Russland zu analysieren und die russische Politik zu verstehen und um unsere Desinvestition in die Diplomatie. Es scheint immer noch die Strategie der westlichen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs zu sein, diesen Konflikt am Laufen zu halten, oder? Sie kämpfen bis zum letzten Ukrainer und schicken so viele Waffen wie möglich, um so viele Russen wie möglich zu töten. Das ist eine schreckliche Strategie. Es ist in erster Linie schrecklich für die Ukrainer und zweitens für die Russen. Haben Sie jemals die Menschen getroffen, die für diese Politik verantwortlich sind? Was sind Ihre Denkprozesse? Sie müssen verstehen, dass dies genau das ist, oder? Das ist nicht nur unsere Interpretation. Das ist tatsächlich Ihre Strategie, oder? Ja, leider habe ich viele der Menschen getroffen, die diese Politik gemacht haben. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich denke, vieles davon ist in zwei Dingen verwurzelt. Erstens haben viele der Leute in der Regierung, einschließlich in den USA und Großbritannien, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion über Russland nachgedacht. Sie sind schon so lange dabei, dass ihre Denkweise immer noch in der Ära des sowjetischen Zusammenbruchs feststeckt. Sie sehen Russland als schwach, aber immer noch als feindliche Bedrohung wegen der Größe seines nuklearen Arsenals. Sie haben also eine sehr starke und dominante Rolle bei der Beeinflussung der Denkweise von Politikern und Ministern. Im britischen System kommen und gehen unsere Außenminister. Seit Beginn der Ukraine-Krise hatten wir sieben oder acht Außenminister. Da sie nicht so gut informiert sind wie die Beamten, haben die Beamten großen Einfluss auf ihr Denken. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die neue Generation britischer Diplomaten unsere russische Expertise verloren hat. Wir haben aufgehört, in neue junge Diplomaten zu investieren, die über Russland lernen, das zeitgenössische Russland verstehen und die russischen Menschen kennenlernen. Dies schließt das Verständnis der russischen Psyche und der Denkweise der russischen Menschen ein. Der Zweck davon ist, uns zu ermöglichen, einen diplomatischen Dialog über schwierige Themen mit Russland zu führen. Erstens gibt es eine Dominanz von Menschen, die seit der post-sowjetischen Phase dabei sind und Russland immer noch als bösartige und feindliche Rückkehr aus dieser Zeit sehen. Zweitens gibt es eine Generation neuer Diplomaten, die Russland nicht verstehen und einfach glücklich sind, dem Gruppendenken und dem politischen Konsens zu folgen. Ich denke, dies ist ein wichtiger Punkt, weil Zeit und Generationen eine Rolle spielen. Auf diesem Kanal hatte ich das Privileg, dreimal mit Jack Matlock zu sprechen. Dieser Mann ist absolut brillant. Er ist ein US-Diplomat, der während des frühen bis mittleren Kalten Krieges aktiv war. Er war einer derjenigen, die für die Verhandlungen zur Beendigung des Kalten Krieges verantwortlich waren. Jetzt haben wir Menschen in den höchsten Ämtern in ihren 50ern und 60ern, die jung waren und ausgebildet wurden, als Russland schwach war. Sie waren in einer hyper-triumphalistischen Denkweise, feierten den Sieg über die Sowjetunion. Beeinflusst diese Denkweise immer noch die Entscheidungen dieser Menschen? Denken Sie, dass die Russen böse, aber auch schwach sind, und deshalb sollten wir bis zum Ende kämpfen? Ja, aus Mangel an einem besseren Begriff gibt es eine übertriebene Angst vor der russischen Bedrohung. Wirtschaftlich, demografisch und militärisch in Bezug auf konventionelle Macht haben wir ein Narrativ geschaffen, dass Russland eine größere Bedrohung darstellt, als es tatsächlich tut. Erstens machen wir uns Sorgen darüber, dass Russland sich enger mit China verbündet und was das für die Interessen der USA bedeutet, insbesondere im südchinesischen Meer. Allerdings ist China der dominante Partner in dieser Beziehung und die Russland-China-Beziehung ist viel komplizierter, als die Leute denken. Wir haben also diese übertriebenen Vorstellungen von der Bedrohung durch Russland und seiner potenziellen Allianz mit China, die oft zur Rechtfertigung bestehender Politiken verwendet werden. Diese Politiken, insbesondere in der Ukraine, funktionieren offensichtlich nicht. Ja, du hast absolut recht. Für alle Interessierten gibt es diesen wunderbaren Gelehrten namens Yu Bin. Seit 1999 erstellt er vierteljährliche Berichte über die Beziehungen zwischen Russland und China. Dort kann man sehen, wie dynamisch diese Beziehung ist. Eine Sache, die ich nicht überwinden kann, die du auch in deinem Buch beschreibst, ist die Doppelsprache, die wir in den westlichen Medien und von Politikern sehen. Sie sagen, dass Russland eine große Bedrohung ist und wir es abschrecken müssen, weil es wirklich gefährlich ist. Aber gleichzeitig behaupten sie, es sei super schwach und werde schnell fallen. Sie schlagen vor, dass Russland zurückweichen wird und die Ukraine, die Krim zurückbekommt, wenn wir nur zwei oder drei weitere Storm Shadows schicken. Glauben sie das wirklich? Haben sie eine schizophrene Psychologie? Ich denke, einige Leute glauben das wirklich. Wir haben die richtige Analyse aus den Augen verloren. Wir haben eigentlich keine funktionierende Botschaft mehr in Russland. Was wir haben, ist das, was ich als Potemkin-Botschaft beschreibe, eine Scheinbotschaft. Die wenigen Diplomaten, die noch da sind, klammern sich an ihren Botschaftslebensstil, verlassen selten das Gebäude, können kein Russisch sprechen und verbringen ihre gesamte Zeit in sicheren Videogesprächen mit Politikern in London, denen sie erzählen, was sie hören wollen. Wenn das die gesamte Analyse ist, die Politiker in London über das heutige Russland bekommen, dann sind wir alle ein wenig dem Untergang geweiht. Es geht teilweise um den realen Verfall unserer Fähigkeit, Russland zu analysieren und seine Politik zu verstehen und um unsere Desinvestition in die Diplomatie. Wie halten die Russen in Bezug auf das Verständnis dessen, was das Vereinigte Königreich und die Europäer tun, durch? Wissen Sie, wie sie ihre Botschaften in London und so weiter betreiben? Nun sicherlich seit 2018 hat Russland weitaus bessere Ressourcen, um das Vereinigte Königreich zu verstehen, als wir in Russland. Ihre diplomatischen Mittel und ihre Fähigkeit zu begreifen, was im Vereinigten Königreich passiert, sind viel größer. Es gibt eine viel größere russische Bevölkerung im Vereinigten Königreich als eine britische Bevölkerung in Russland. Ich bin sehr für offene Grenzen. Wir haben 150.000 russische Menschen, die im Vereinigten Königreich leben. Das ist eine Ressource in Bezug auf ihr Verständnis des Vereinigten Königreichs. Russlands Fähigkeit, uns zu verstehen, ist weit besser als unsere Fähigkeit, sie zu verstehen. Russland ist sehr in seiner Sicht auf den Westen verankert und greift oft auf die Geschichte zurück, um den Westen als neue, äußere Bedrohung darzustellen, ähnlich wie die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Kürzlich haben sie in Moskau den Tag des Sieges gefeiert. Sie beziehen sich auch auf historische Konflikte mit Figuren wie Napoleon und sogar früher mit den Schweden und Litauern. Wir werden als moderne Inkarnation dieser äußeren Bedrohung gesehen. Putin nutzt dieses Narrativ, um die Russen auf seine Seite zu ziehen. Ja. Und das ist es, was, entschuldigen Sie die deutliche Sprache, aber das ist es, was so frustrierend ist. Wenn jeder in die Geschichte zurückgeht und sagt, nun wissen Sie, Putin ist der neue Hitler, und dann sagen die Russen, die Europäer sind die neuen Napoleons, und so weiter, dann sind wir zum Konflikt verurteilt. Bevor der Krieg 2022 begann, schrieb Wladimir Putin 2021 einen Meinungsartikel in einer der großen deutschen Zeitungen. Ich glaube, es war auch zum Tag des Sieges. Eine wichtige Sache ist, dass die Russen, zumindest damals, und auch Wladimir Putin, sehr darauf bedacht waren, zwischen den Deutschen und den Nazis zu unterscheiden. Er sprach ständig von den Nazis als Bedrohung, aber nicht von den Deutschen. Ich befürchte, dass wir in Europa die Fähigkeit verlieren, zwischen echten Menschen, die in der Vergangenheit schreckliche Verbrechen begangen haben, zu unterscheiden. Stalin war einer von ihnen, aber die meisten seiner Verbrechen wurden tatsächlich gegen sein eigenes Volk, sowie gegen andere begangen. Jetzt haben wir daraus einen übertriebenen Schreckgespenst gemacht. Was sind Ihre Gedanken dazu? Nun, ich stimme vollkommen zu. Ich denke, Putin mit Hitler zu vergleichen, ist zutiefst beleidigend, nicht nur für ihn, sondern auch für das russische Volk im Allgemeinen. Angesichts der Anzahl der sowjetischen Bürger, die während des Nazi-Versuchs, die Sowjetunion zu erobern, starben, bis zu 27 Millionen Menschen. Es ist eine unvorstellbare Zahl von Menschen, die in einem völlig sinnlosen Krieg starben, der durch Operation Barbarossa ausgelöst wurde. Also, dieser Vergleich ist. Aber wissen Sie, wir leben in all diesen festgefahrenen Erzählungen, nicht wahr? Diese negativen Erzählungen und Stereotype über Russen und das russische Volk sind problematisch. Offensichtlich gibt es auch russische Stereotype über uns und es funktioniert in beide Richtungen. Ich habe viereinhalb Jahre mit meinen kleinen Kindern in Russland gelebt. Meine Tochter war sieben Monate alt, als wir als Familie in Moskau ankamen. Ich fand die Russen in den meisten Belangen sehr warmherzig und gastfreundlich. Moskau war ein sehr schöner Ort zum Leben. Natürlich bekam ich als Teil meines Jobs viel Aufmerksamkeit von den örtlichen Geheimdiensten, aber das war alles völlig handhabbar. Ich hatte ein sehr angenehmes Leben und viele glückliche Erinnerungen an Russland. Diese Art von negativen Stereotypen, die sich offensichtlich in Kriegszeiten stark verstärken, werden während des Krieges selbst verstärkend. Also müssen all diese Dinge, die wir in den letzten Jahrzehnten über Russland gehört haben, wahr sein, wegen dem, was in der Ukraine passiert. Aber wir müssen einen Schritt zurücktreten und tatsächlich mit Russland sprechen. Wir müssen vom Konflikt zurücktreten, die Menschen dazu bringen, ihre Waffen niederzulegen und fragen, wie können wir Frieden schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Russland Frieden genauso sehr will wie die gewöhnlichen Menschen, die unter den schrecklichen Bombardierungen in der Ukraine leiden, auch Frieden wollen. Wenn wir uns das ansehen, sind Länder keine einheitlichen Akteure. Sie haben für eine der Agenturen gearbeitet, das Außenministerium, das nur einer der Akteure ist, die in die Russland-Politik involviert sind. Richtig. Dann gibt es die Geheimdienste, die sicherlich sehr wichtig sind. Aber es gibt auch das Büro des Premierministers und andere. Könnten Sie uns zunächst sagen, wer sonst noch entscheidend für die Entscheidungsfindung in Bezug auf die britisch-russischen Beziehungen auf britischer Seite ist? Und zweitens, welche dieser Institutionen Ihrer Meinung nach die realistischste Einschätzung hat und auf Deeskalation drängen würde? Umgekehrt, wer ist in dieser Konstellation am aggressivsten? Nun, ich würde sagen, im Moment haben wir einen Premierminister, der sich wirklich nur auf das politische Überleben konzentriert. Also, Rishi Sunak ist kein sehr prominenter Akteur. Das legt viel mehr Gewicht auf das Außenministerium selbst. Jetzt ist James Cleverley verantwortlich, der zu der Zeit, als David Cameron Premierminister war, dafür verantwortlich war, dass das Vereinigte Königreich vollständig vom Normandie-Format ausgeschlossen wurde. Lassen Sie uns klarstellen, dass er in gewissem Maße die Fehler von damals korrigiert. Das Außenministerium ist fast überwältigend aggressiv, wenn man bedenkt, dass es eine diplomatische Institution ist. Das Außenministerium ist der wirklich aggressive Körper. Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass es das britische Militär ist, das für eine viel nuanciertere Sichtweise argumentiert. Sie wollen nicht, dass wir in den Krieg ziehen, genauso wie die Bürger des Vereinigten Königreichs nicht wollen, dass wir in den Krieg ziehen, angesichts all dessen, was das mit sich bringen würde. Medvedev hat mit Raketenangriffen auf britische Ziele außerhalb der Ukraine gedroht. Für mich ist das Außenministerium der eigentliche und ironischerweise aggressive Akteur in der britischen Politikgestaltung zu einer Zeit, in der sich der Premierminister nur auf innenpolitische Themen konzentriert. Es besteht eine gute Chance, dass der Premierminister die nächste Parlamentswahl nicht überlebt und dass es zu einem Regierungswechsel kommt, wobei Labour wahrscheinlich gewinnen wird. Ich habe auch nicht viel mehr Hoffnung in Keir Starmer, aber kennst du das Schattenkabinett? Haben sie einen anderen Ansatz gegenüber der Ukraine? Nein, sie scheinen noch keine unabhängige Außenpolitik zu haben. Tatsächlich hat Keir Starmer gerade die Linie wiederholt, 2,5 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben statt 2 Prozent. Andere Teile der Labour-Partei schlagen vor, 1 Prozent des BIP für internationale Angelegenheiten auszugeben und sich auf Engagement statt auf militärische Macht zu konzentrieren. Es gibt also Spaltungen innerhalb der Labour-Partei. Unter der Führung von Keir Starmer wollten sie jedoch nichts in der Außenpolitik unternehmen, was sie von den Tories unterscheidet. Sie sehen ein enormes Risiko darin, vorzuschlagen, dass die Konservativen in Bezug auf Russland falsch liegen könnten. Keir Starmer wird dieses Risiko nicht eingehen, weil er so verzweifelt darauf ist, Premierminister zu werden. Daher denke ich, dass der Spielraum für eine andere Politik unter Labour ziemlich gering ist, zumindest anfangs. Sie konzentrieren sich auch auf die Frage der Entwicklungshilfe im Ausland. Diese große Kürzung der Entwicklungshilfe im Ausland wurde 2020 unter Dominic Raab als Außenminister eingeleitet und reduzierte sie von 0,7 Prozent auf 0,5 Prozent des BNE. Wenn sie Änderungen vornehmen, werden sie sich wahrscheinlich auf diesen Bereich konzentrieren, anstatt unsere Politik gegenüber Russland zu ändern. Das lässt eine ziemlich düstere Aussicht auf die Friedensaussichten. Wenn niemand wirklich für einen realistischen Frieden eintreten will und wenn der einzige Frieden, an den die Menschen denken, zumindest auf der westlichen Seite, ein vollständiger Rückzug Russlands aus allen besetzten Gebieten sowie ein Kriegsverbrecherprozess gegen Herrn Putin ist, dann werden wir das nicht erreichen. Sehen Sie irgendetwas, das die Menschen dazu bringen könnte zu erkennen, dass es bei einer Fortsetzung dieser Politik zu einer allgemeinen und noch weitergehenden Eskalation kommen könnte? Ja, ich meine, ich denke, die große Ironie ist, dass die Person, die gesagt hat, sie sei bereit zu verhandeln, Putin ist. Aber er ist die Person, die am wenigsten Frieden braucht, weil aus seiner Sicht der Krieg langsam und unaufhaltsam zugunsten Russlands verläuft, mit kleinen, aber konstanten Gewinnen entlang der Frontlinie. Für ihn könnte er also darüber sprechen, bereit zu verhandeln, weil die Strategie sehr zu seinen Gunsten ist. Aber wissen Sie, ich denke, das, was das Gleichgewicht im Westen kippen würde, wäre, wenn es in der Ukraine zu einem katastrophaleren Bruch der Linie käme, zu einem bedeutenderen militärischen Zusammenbruch und einer Niederlage in der Ukraine. Nicht, dass ich glaube, dass Russland jemals die ganze Ukraine erobern wollte, aber wenn sich die militärische Lage in der Ukraine noch weiter verschlechtern sollte, dann denke ich, dass selbst Biden seine Politik neu bewerten müsste, so wie er es verspätet und erfolglos in Israel und Gaza tun musste. Aber abgesehen davon befinden wir uns buchstäblich in einer Lotterie und warten darauf, wer der nächste US-Präsident wird. Bei all seiner Verrücktheit und Konzentrizität denke ich, dass Trump wahrscheinlich viel realistischer wäre als Biden, der mir wie ein Fantast erscheint. Ja, aber Trump sagte erst gestern, dass er, selbst bevor er das Amt antreten würde, wenn er gewählter Präsident wäre, den Krieg in der Ukraine beenden würde. Wir alle wissen, dass das ein übertriebenes Versprechen sein könnte, aber er hat definitiv eine Vorstellung davon, wie er die Ukrainer dazu bringen könnte, sich tatsächlich an den Verhandlungstisch zu setzen. Weil die Ukraine auch bereit sein muss, zu verhandeln. Und Russland muss bereit sein, zu verhandeln. Letztendlich wird der Frieden von der Ukraine und Russland im Endeffekt erreicht. Russland kann Unterstützung von China und anderen Ländern haben. Die Ukraine wird von den westlichen Verbündeten unterstützt. Aber ohne, dass die Ukraine und Russland zusammen am Tisch sitzen, wird es keinen Frieden geben. Das bedeutet, schwierige Gespräche mit der Ukraine zu führen. Die Idee von Friedenskonferenzen, bei denen Russland nicht eingeladen ist, ist völlig lächerlich. Man muss sich mit Russland zusammensetzen, wie es zu Beginn des Krieges im Rahmen des Istanbuler Prozesses getan wurde, und auf den Frieden hinarbeiten. Wenn der Westen sich weigert, die Ukraine dazu zu ermutigen, dann haben wir ein echtes Problem, weil die Ukraine weiterhin denken wird, dass sie einen Freibrief für ihr Handeln hat. Nicht nur die Ukraine, sondern auch das westliche Bündnis müsste die Hand der tatsächlichen Regierung der Ukraine stärken. Sie müssen auch Zelensky und andere vor den Ultrarechten Nationalisten schützen, die sie möglicherweise töten könnten, nur um den Krieg fortzusetzen. Die Ultrarechten sind klein, aber sie sind da und drohen mit Gewalt, um den Krieg am Laufen zu halten. Ja, natürlich. Das lässt Zelensky immer mehr wie eine Marionette aussehen. Also was tun sie? Zelensky muss ein Staatsmann sein. Ein Krieg ist ein Spiel mit zwei Hälften. Seine erste Hälfte war gut. Er hat gleich zu Beginn den Staatsmann gespielt. Er erlangte internationale Anerkennung, aber er muss die Realitäten der Situation für sein langfristiges Überleben als politischer Führer erkennen. Er hat die Wahlen bereits auf unbestimmte Zeit verschoben, während der Krieg andauert. Jetzt muss er den Staatsmann spielen und die größeren Interessen seines Landes im Blick haben. Glauben Sie, als Diplomat, dass Herr Zelensky Frieden verhandeln könnte? Angenommen, hypothetisch, er würde aus seiner aktuellen Rolle heraustreten, den grünen Pullover ablegen, einen Anzug anziehen und das Dekret zurücknehmen, dass er nicht mit Herrn Putin verhandeln kann. Wenn das passieren würde, glauben Sie, dass er in der Ukraine die Autorität hätte, tatsächlich zu verhandeln und das Land mit sich zu bringen. Nun, möglicherweise nicht, weil so viele Menschen die Ukraine verlassen haben. Übriggeblieben sind Menschen im Militär, alte Menschen und politische Aktivisten. Viele von ihnen wenden sich jetzt gegen Zelensky, da sie den Krieg nicht nur taktisch, sondern auch langfristig gegen die Ukraine sehen. Aber das ist Politik, oder? Führer kommen und gehen, und das ist sein Schicksal. Wenn er wirklich an Frieden interessiert ist, muss er ein Risiko eingehen und sehen, wo er landet. Leider ist das der Grund, warum er so viel Geld verdient. Politiker kommen und gehen, aber deshalb haben wir Außenministerien. Die Diplomaten bleiben normalerweise. Haben die Ukrainer Leute, die mit den Russen, den Briten und den Amerikanern zusammenarbeiten können? Gibt es noch ein Netzwerk? Ja, natürlich gibt es das. Diplomaten sind letztendlich darauf programmiert, sich zu engagieren. Es gibt mehr falkenhafte Diplomaten und mehr taubenhafte Diplomaten wie mich. Aber es gibt zweifellos Menschen, die erkennen, dass Engagement für die Zukunft entscheidend ist. Man kann nicht darauf verzichten. Ob ihre Stimmen gehört werden, ist eine andere Sache. Denn offensichtlich werden sie im Moment im Vereinigten Königreich nicht gehört. Aber wir werden sehen. Aber es scheint mir, dass es derzeit in der Ukraine ein großes Staatsmann-Vakuum gibt, das Zelensky nicht füllt. Solange das so bleibt, werden all dieses Chaos und der größere Einfluss rechtsextremer Gruppen nur zunehmen. Je länger Zelensky damit wartet, desto größer ist die Chance auf ein schlechtes politisches Ende für ihn. Seine beste Wette wäre, früh zu handeln und jetzt den Staatsmann zu spielen, anstatt zu warten und einem viel schwierigeren politischen Ende seiner Karriere entgegenzusehen. Ja, und seien wir ehrlich, eine Afghanisierung der Ukraine kann nicht im Interesse der Ukraine sein. Jeder vernünftige Führer würde versuchen, dieses Szenario zu vermeiden, oder? Nein, ich meine, ich war in der Ukraine. Kiew ist eine fabelhafte Stadt. Als ich meine Zeit in Moskau beendet hatte, fuhr ich den ganzen Weg von Moskau zurück nach Großbritannien, vorbei an Chernihiv und Donetsk, Kiew und quer durch die Westukraine, über Lviv und so weiter. Es gab ein echtes Gefühl eines Landes, das nach vorne blickt und darauf abzielt, sich wirtschaftlich mit anderen Ländern zu integrieren. Es fühlte sich aufstrebend an, mit viel Potenzial, trotz massiver Herausforderungen wie Korruption. Es gab echten Optimismus, sich zu öffnen und die Fesseln der Vergangenheit abzuwerfen. Nun, all dieser Fortschritt ist zum Stillstand gekommen. Das kann nicht weitergehen, während der Krieg tobt. Es fühlt sich an, als wäre es ein Land, das in einer Art Starre feststeckt, die von seiner politischen Führung auferlegt wurde. Ihr Entschluss, an diesem festverdrahteten Narrativ festzuhalten, macht es ihnen zunehmend zu spät, um sich zu ändern. Was mir Sorgen bereitet, ist etwas, das ich aus diesen neokonservativen Ecken gehört habe. Sie sagen, dass selbst wenn Russland mehr Territorium gewinnt, das nicht wirklich das ist, was Russland will. Stattdessen schlagen sie vor, die Ukraine in einen Partisanenkrieg mit kleinen Terroranschlägen zu zwingen. Es hat zehn Jahre gedauert, aber schließlich musste die Sowjetunion aus Afghanistan abziehen. Diese Art von Planung wäre absolut schrecklich, weil sie alles noch blutiger machen würde. Die Russen müssen das um jeden Preis vermeiden, weshalb ich denke, dass Herr Putin verhandeln möchte, um dies zu verhindern. Ist das ein Szenario, von dem Sie auch gehört haben, dass Leute darüber sprechen? Ja, ich verstehe einfach nicht, warum jemand denken würde, dass das eine gute Idee ist. Wirklich, ein friedliches Ukraine, das sich enger in Europa integriert und gute Beziehungen zu Russland hat, ist gut für uns. Schauen Sie sich an, wie schlecht die US-Afghanistan-Strategie kürzlich funktioniert hat. Warum sollten wir denken, dass das ein guter Ansatz für ein Land wäre, das sich modernisieren, öffnen und in die weitere Welt integrieren möchte? Weißt du, es in eine Art Neo-Taliban mit ultrarechten Elementen zu verwandeln, ist eine gute Idee. Es erstaunt mich völlig. Ich meine, die meisten gewöhnlichen Ukrainer wollen einfach nur in Frieden leben, ihre Kinder glücklich sehen, in der Schule gut abschneiden und ein normales Leben führen. Es ist absolut lächerlich, dass die Leute in diesen Begriffen denken und nicht erkennen, dass Frieden im besten Interesse aller liegt, der Ukraine, Russlands, Europas und des Vereinigten Königreichs. Es ist völlig lächerlich. Ich stimme absolut zu. Sie sprechen wie ein echter Diplomat, wie alle Diplomaten sprechen sollten. Also, Herr Ian Proud, vielen Dank, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Vielen Dank, Pascal. Schön, mit dir zu sprechen. Alles Gute. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.